so leute willkommen zu einer neuen Folge mein Kraft zwei herzten und der Romo und das Wort erhebt sich darum Marc hatte die ganze Zeit rumgespucht der Lussel erst Max Wuppe man kann eigentlich so gut werden aber er hat mich so nein diese grünen blumen die bringen dir nichts und hier möchte richtig alter ist das geil hier ja ich habe diamanten gefunden leute so ein scheiß ich habe nichts mit um die abzuhauen ich bin hier im eisen wie ich doch noch und der Kuh aus dem Kuhn jetzt einfach mal Juli es ist er hat jemanden gefunden nach dem Koppel kommen bei euch zu mir und haben sie dann bei der Verkundungstour hier und wo bist du denn Prozent mehr 62 für heute ist es immer zu 30 Minus 62 und aber doch wenn ich runterbaust jetzt über Lava aber die nicht ich kann ja nicht weg von wegen der Mauer und Minus was wir sind 62 sich und wir haben dann Prozent für sie das heißt dass wir sie zaubertischen Führzehrer und zu den Gelernst der Ende Mühle der der auch für die Befragung ich meine direkt die ganz rechte Zahl 737 Prozent interessant aber jemanden braucht es noch nicht gut und ich brauche ein aber ich brauche jetzt ein ein Eimer wird sollte ich noch machen ich will nicht sehen achts wie dein Name aber was auch hier bei mir ist Lava ja egal ja da war so ich auch noch was ist ganz cool ich bin der Radnachricht und Geld unterirdischen schafft er schon nein ich bin Lava Alter was bist du denn für ein Lappen Alter ich verkasse es nur mit dem Sneaken ich verkasse es nur mit dem Sneaken hast du irgendwie einen Gehirntumor oder irgendwas hallo er ist MCX wird sehr leise lass ihn ach man ey ok Marc telefoniert mich bitte mit dem Lappen mach ich jetzt auch ich hab keinen Plan wo die Dier sind ich geh wieder hoch doch der Telefonie dahin wo ich bin hä warum du bist da wo ich schon was von deinem Bett gehört Leute ja nicht haben wir nicht Teleport to Marker was ist denn das so schön New York ähm was ist das denn hier ja was ist das denn hier weißt du das dann schon wieder Diamanten ah 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 was sehe ich denn hier was sehe ich denn hier ich hab den gefunden das ist aber könnte nein nein hier ist ein Skelettel oh ein tiefes Loch zwei Deutel nein nein bitte nein das Loch könnte in mich führen ha ha ok den fand ich das Ding machen nein ich weiß das hab ich aber auch mit Absicht gemacht das war ironie falls du es weißt es war eine sexuelle Anspielung ich hab Diamanten gefunden ja du bist so ein Affe weißt du das versuchst du mich grad auszuklären oder was oh nein sie sind in Lava gefallen haha oh man alter oh man ey hier kommt gut voran muss ich sagen scheiße wir waren damals schon voll iron zu dem Zeitpunkt oh halt doch eine Presse Mark ja ihr könnt ihr auch aussuchen wohin ihr lauft könnt ihr doch auch ihr wollt selber rauswandern ja aber wir hängen in der Hölle fest wir haben das unser Problem ey Ben schon antworten auf den jahren vielleicht in die falsche Richtung nein wo sind die Diensten wie das hier ein 6 hier ist Laber lass mich bitte bitte ich hab jemanden in den Tag da komm mal her zum Beispiel mal alter ein Habinger bitte stirb bitte stirb scheiße hab noch kein Herz verloren Jujo wir wandern jetzt wirklich aus okay ja wir haben nämlich keinen Bock mehr ja ich bin so ich bin so voll genervt von Mark oh hier ist ein Spawner wie geil uh ja ich hab kein Schwert nein ich werde sterben ich werde sterben ja ich werde auch sterben ich werde auch sterben ich werde auch sterben Bau den Spawner ab ich lenke die Zombies ab Alter der Habinger kann ich nicht angreifen ich dachte schon ich sterbe geil Alter wie oft nur wegen mir hast du es geschafft wie oft da Fire Protection drin ist ich hab die ganzen Bücher ne also bitte ich wenn ich sterbe bist du auch tot hä was Jujo ist halt grad seine 5 Minuten das sind intellektuelle Fähigkeiten Mark das lernen wir in der Schule nein ich hab zwei Leben ja volle Leben du Idiot häh was ist los Liga Alter ey ich mag die eigentlich voll Steven ist eigentlich voll nett na Alter ich mag die eigentlich voll Alter 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 er nennt sich selbst wir ähm wir meine Brüder also was soll ich denn da sagen so ein Spaß dir ey es klingt einfach so ich mag die voll ich hab immer auch hier die Rasse voll aber ich mag die weißen eigentlich auch ganz gerne aber die Japsen mag ich auch ganz gerne die roten sind die coolsten oh Jun aber ich bleib manchmal ein bisschen behindert wenn mir langweilig ist ach ich also bitte nehmt euch kein Beispiel daran ach du bist vergiftet ja ich bin vergiftet weißt du warum weil ich hier was esse hä Alter hast du dir was reden zu Jujos ach eigentlich nicht ich halt immer ab wenn ich rede oh Jun verpässe ich muss hier AAH ich hab noch nur zwei Leben Alter wie du auch gehst okay Jujos wir wandern jetzt in Richtung Wald aus ja das hast du jetzt schon fünfmal gesagt und ich sagte fünfmal ja ja verpässe ich bin Alter ich hab noch alles kleben echt ja echt ja ja was macht ihr ich teleport euch nicht wenn euch ging das zuhlt ich hab geblüht ich hab geblüht ich hab geblüht okay komm wir wandern jetzt aus ja wo bist du ey lass mal fünf Meter einfach fünf Meter weiter ansiedeln Alter Jujos ist dein Spray mal wieder richtig AFK oder was wow wow ey ich schick dir gleich ne Giraffe in den Hals oh nein ey ey ich mach mir jetzt ein Bett du Abfahr du Abfahr nein Jujos warte wir müssen vorher auswandern okay ich fick dich ins Knie bist du stolz auf dein Zufrauma oder Lukas oh 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 guck mal die Giraffe an die Garn tötet mich die Garn tötet mich die Garn tötet mich die Garn tötet mich bitte stich nein ich hab die getötet oh nein oh Lukas das wäre witzig das wäre Julius dein persönliches Pferd gegen die Giraffe alter ja ich muss nicht dass Giraffen so aggressiv sind sie sind einfach so aggressiv sie sind einfach so aggressiv du bist so ein Bastard weißt du das echt? oh ich wollte gerade auf den Boden spucken aber dann habe ich gemerkt ich bin hier im Keller Ja, fände ich so schlau. Okay, komm, wir wandern jetzt aus. Ben? Ja. Komm mit oben. Probier's doch mal mit PC-Neustart oder so. Ja, erstmal auf die Eichel. Okay, das kann ja nicht sein. Dann bis gleich. Dann können wir die auch heute. Marc, heute hast du auch keine Eichel. Na klar, mach ich den Tag. Auch dein eigener. Ach, nee, nee. Du hast keine, ne? Alter, du packst aber auch heute. Ja, ich weiß. Das müsste ich auch mal versuchen. Einfach den Kopf abschalten beim Reden. Das bringt's richtig. Ah ja. Das bringt's richtig. Ja, wirklich. Und auf jeden Fall seine Vorteile. Kommt einfach erst vier Minuten später mit, was du gesagt hast. Was lachst du so drauf? Ey, Jules, bauen wir mal die Kinderbauer in der Baume gehabt. Welchen Baum? Junge, da, das dauert ein paar Jahre. Ja, diesen... Pinkenbaum? Ja, aber wir brauchen Kirschen. Ich mag pinke Bäume. Pinkenbaum. Ja, ist das nicht? Na, rosa, pink. Junge, ich schwöre dir, ich schubst dich da gleich runter. Ich schubst dich, Alter, ich schwöre dir, ich schubst dich. Ich schicke den einfach in den Hintern. Okay, Junge, warte mal. Digga, ich schubst dich. Guck mal, von hier oben können wir super auf die Snipern. Snipern. Aber wir müssen das so machen. Äh, wir müssen das so machen. Ja, Junge! Du dreckiger Hundertsohn. Nein! Okay, okay, Frieden. Ich spreche bei euch vielleicht. Frieden, du Idiot! Ich sag dir Frieden! Hör auf, ich hab'n Eisenspferd. Okay, hör auf, hör auf. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Junge, das ist ein Affe! Wie soll ich eigentlich noch zugekost teleportieren? Noch zweimal oder dreimal? Nein, nein! Okay, lasse es. Leute, lebt euch bitte kein Beispiel an dir. Das ist Jackass. Nein! Du feier Bastard! Nein! Alles Leben, du Idiot. Ich schwöre dir, ich brauche dir. Ich habe auch nur noch zwei Erdn. Bitte hör auf! Wenn ihr beide teleportieren euch, ich euch nicht mehr, wenn ihr beide gleichzeitig stirbt. Ey, nein, nein, Marc, nein. Ich wollte euch mal wieder auf den Boden spucken. Das muss ich mir echt mal abgewöhnen. Ich stelle mir gerade mal Julius mal, alles von der Spucke, weiß ich nicht. Der Mund füllt sich gerade mit Speichel. Julius? Ich weiß schon, du Lama, du! Julius, wo wollen wir hin? Ey, bitte, bitte. Bitte, bitte, ich bin ein, ich bin ein friedlicher Abschluss. Komm. Okay, wo wollen wir denn hin? Ja, wir gehen jetzt einfach diese Gruppe lang. Diese Gruppe lang? Nein, eben nicht. Da bockst du mich nämlich runter. Oh. Als würde ich dich runterpucken? Ich habe die erst gefunden an der Oberfläche. Ja, ich nicht. Oh, super. Ist richtig selten hier. Ich will die. Ja, ja. Nein, ich habe keine hier. Ja, Junge! Du bist so ein Hundesohn, weißt du das? Also, das sind schon beides richtig korrekter Typen. Oh, hier ist eine Giraffe. Nein, die geht da schon wieder los. Ey, ich klicke mich nicht mehr mit Grafen, die sind zu brutal. Warte, sie möchte ich töten. Das ist meine Giraffe. Ah, ich töte mich. Hilfe, 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 Hilfe. Bein Giraffe. Du Hundesohn. Die greifen mich an. Zwei Stimmen. Jetzt temposier mich schnell zu Lukas. Ein halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Ich lenke sie ab. Ich opfer mich. Halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Oh nein, nein. Ey, glaubst du, die sehen mich, wenn ich hinter der Wand sneeple? Alter, das sind die Monster-Giraffen, Junge. Die sind zu heftig. Das sind Tal-Giraffen, Alter. Ich tue denen einfach gar nichts. Und Juni... Das sind, das sind die anderen Tal-Giraffen. Ey, die haben nur noch drei... Ja, nein, nein, halbes Herz. Den hol ich mir, Verzauber, das Buch. Alter, hier liegen noch die ganzen Verzauber im Bücher. Okay, ich hab Feuerschutz. Damit werde ich sie töten. Feuerschutz, es gibt mir Feuerschutz. Ja! Beste Folge einfach. Ey, Marc, aus dem Fall, ich kann so ein Bestaufschneid, was zehn Minuten... Ich weiß. ...blabla irgendwie so. So, ey, soll ich mich mit der anderen Giraffe auch noch anziehen? Ja, bitte, bitte. Oh, hab ich Fleisch-Fressen der Pflanze gefunden? Was ist das? Oh, 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 ich werde sie töten. Ich werde sie töten. Ja, nein, nein, ja, 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 sie ist tot. Die Grappe ist tot, wenn ihr... Die Grappe ist tot, Alter. Ich hab die...